Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark Sodele. Hat sich denn hier irgendwas geändert an der Map? Ich glaube nicht, aber an unserer Map hat sich etwas verändert. Insofern, als dass wir jetzt hier wieder hin müssen. Ich will nicht wieder in dieses Gebiet, das ist so doof. Jeremiah hat einen Plan, wie Mackenzie Ausdauer Mühle, Ausdauer der Mühle ist auch ein geiler Name, erreichen kann. Aber dabei konnte der Pilot dem alten Bären aneinander geraten. Da könnte der Pilot aneinander geraten. Okay. Gut. Interessante Beschreibung, ehrlich gesagt. Wie sieht denn das Wetter so aus? Ganz okay. Ganz okay. Ich übersehe jetzt hier hoffentlich auch nichts anderes in diesem Gebiet, was diese Mission angeht. Ich glaube nicht. Ja, müssen wir uns wieder auf den Weg machen. Es schneit zwar, aber es muss nicht unbedingt heißen, dass es jetzt akut kalt ist. Ich hoffe, das Beste. Jo. Ich meine, hier oben kann man irgendwie entlang zu den Schienen bzw. zum Levelausgang. Zum Gebietsausgang, besser gesagt. Das ist doch ein Kreuz, oder? Das markiert doch bestimmt irgendwas. Bestimmt ist da eine Kiste oder irgendwas. Im Übrigen gibt es hier vielleicht auch Kisten, die nicht so auf der Map eingezeichnet sind als irgendeine Nebenmission oder so, die man einfach zufällig findet. Irgendwelche Vorratskisten oder sowas. Ist das alles als Nebenmission verzeichnet? Ich weiß es nicht. Ich meine, natürlich findet man hier auch so genug Vorräte, die jetzt nicht akut zu irgendeiner Mission gehören. Aber nur so kleine Kisten, die irgendwo in der Gegend rumliegen halt. Bestimmt gibt es irgendwo Easter Eggs. Muss man genau an der richtigen Stelle im Schnee buddeln bestimmt. Und dann findet man da irgendwas. Einen Arschtritt findet man da. Dafür, dass man sich so viel Mühe gegeben hat. Ach, Kohle. Ich wollte das gerade sagen. Das ist ein sehr großer Stein. Kohle nehme ich mal mit. Kohle, Kohle, Kohle. Irgendwo verfeuern die auch? Ach, mal jetzt. Nur sowas. Das sind das riesige Kohleberge hier. Interessant. Bestimmt ist auch schwer, oder? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber... Schöne Klötze. Aber das ist ja kein Problem. Wir können ja immer mehr in unserem Rucksack gebrauchen. Wir sind ja nie irgendwie am Limit oder sowas. Auf gar keinen Fall. Das ist ja noch überhaupt nie vorgekommen. Apropos... Ne, es geht. Es geht. Es ist gut, dass wir immer diesen 5 Kilo Boost haben. Ich bin mir gar nicht so sicher, woher er kommt. Hm. Ist das, weil wir immer so schön ausgeschlafen sind und so viel Kaffee trinken? Oder... Wie sieht's aus? Na gut, im Moment haben wir ja wirklich noch einen Kaffee Boost wahrscheinlich. Wobei... Ganz sicher bin ich mir da nicht. Unser... Unser Temperaturboost ist ja eigentlich auch schon weg, ne? Eventuell, weil wir wirklich so ausgeschlafen sind. Relativ. Und ja, ich hab das Heulen gehört. Durchaus. Das sehe ich aber gerade nicht. Hier müsste eigentlich der Übergang sein gleich. Jo, jo, jo. Ah, wieder in das doofe Gebiet. Bestimmt müssen wir da jetzt wieder komplett einmal durch. Wobei... In diesem nächsten Gebiet hier direkt gab's ja auch schon Funktürme, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mir da ja auch schon irgendwas sammeln. Wenn ich das richtig verstanden hab, waren das aber, glaube ich, drei Teile? Bestimmt gibt es in dem nächsten Abschnitt jetzt hier nur zwei Türme. Und dann brauchen wir noch einen dritten von dem anderen Abschnitt. Ach ja, hier. Hier war ja noch was. Richtig, richtig. Unsere ausgebrannte... Ausgebrannte Feuerstelle. Im Übrigen, hier haben wir das letzte Mal den Bären gesehen, ne? Wollte ich nur mal so kurz andeuten. Anmerken. Das ist aber wirklich sehr schönes Wetter. Ich mag das voll, wenn hier der... Der Schnee in so riesen Flocken so ganz langsam fällt. Das mag ich auch im Real Life durchaus. Wobei... Ich bin jetzt nicht so der Mega-Schnee-Fan oder so. Finde ich da aber auch ganz schön. Im Spiel ist das auch sehr... Nice. Auf jeden Fall besser, als wenn jetzt hier der große Sturm losgeht. Auch schön anzugucken irgendwie. Ist cool gemacht. Aber... Für unsere Gesundheit vielleicht nicht ganz so prall. Ach ja, guck mal hier. Da. Da. Und da. Und das hier ist Acha. Das ist gar nicht angezeigt. Na ja, Gott sei Dank. Na ja, Gott sei Dank. Ist relativ. Wir müssen jetzt trotzdem einmal quer durch dieses scheiß Ötland hier, ne? Wir müssen jetzt nicht ein Zelt basteln. Dieses Ötland hier ist eine absolute Katastrophe. Wir haben zwar dieses komische Haus der Familie Spencer, bla. Aber das ist ja auch nur eine Ruine. Das wird uns nicht so viel bringen, glaube ich. Wir können da... Vielleicht können wir da unseren Schlafsack aufstellen. Aber ansonsten ist richtig viel Schutz, ist da nicht zu erwarten. Na ja. Mal gucken. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann ist ja okay. Und ich sollte vielleicht mal den hier machen. Es würde mich nicht wundern, wenn noch was mit den Bären kommt. Jetzt hier in dem Zuge. Oh. Das ist doch alles nur vorgeplänkelt. Ah, guck mal, da ist jemand. Ja, ist jemand. Wenn ich nie auf dem richtigen Weg gehe. Ja, so relativ. Das ist auch das Gebiet, wo man immer ins Wasser... Wo man immer ins Wasser einbricht. Oh je, ist zu steil. Ne, ist nicht so geil. Ich gehe besser da lang. Mitten auf den Wolf zu. Wir haben nicht mehr so richtig viele Signalpatronen, ne, im Übrigen. Ja, ja. Das war schon klar. Das war klar. Wir hatten doch mal so viele. So viele von den Patronen. Naja, wir benutzen die halt auch relativ häufig. Funktionieren ja auch ganz gut. Aber so richtig pralle viele sind dann halt nicht mehr übrig, ne. Wäre echt cool, wenn wir noch welche finden würden. Ich will auch nicht ausschließen, dass wir irgendwo in unseren Häuschen noch welche davon haben. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die abgelegt habe. Erstens, weil die so unfassbar nützlich sind. Und zwar zwiegen die halt nix, ne. Ich hoffe, die Knarre hält auch noch ein bisschen durch. Wir haben die schon echt oft benutzt. 32 Prozent, ja, haha. Kann man da vielleicht mit dem, äh, mit dem Waffenputzset was machen? Das sollte ich machen, bevor die kaputt ist. Die ist, die ist überlebenswichtig. Shit, und das Wetter. Wo? Da. Sag ich doch. Lecker. Ja, 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 ja. Genau, meine Rede. Shit. Das würde ich aber echt gern mal gucken. Jetzt nur noch 28 Prozent. Das ist nicht gut. Was? Entladen. Oh, hier steht entladen. Kann man das etwa mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Dingern hier auch machen? Hey, nur zerlegen. Kriegt man aber kein, nee, nee, kriegt man kein Öl raus. Ich will das Öl aus den Dingern rauskriegen, ne. Doof. Ablegen, verwenden. Kann aber nicht reparieren. Nicht, nicht möglich. Das ist schlimm. Das ist ganz blöd. Dann können wir halt die Magnesiumfackeln benutzen oder so, aber davon habe ich auch nicht so viele. Oh, das ist irgendwie nicht richtig. Nein, wir müssen da hoch. Oh, kacke. Ui, wir müssen irgendwie da hoch. Hm, und wie? Ein Kletterseil oder was? Ich vermute aber, dass man sich mit dem Kletterseil nur von oben nach unten hangeln kann, oder? Was da jetzt hochwerfen, das ist glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ja, scheiße. Wie kann man da hoch? Und hier so? Shit. Also hier, hier sehe ich das jetzt nicht so vielleicht da irgendwie. Oder, oder, oder irgendwie komplett anders. Ich glaube, das wird eine schwierige Mission. Okay, naja, probieren wir es. Es hat aufgehört zu schneiden. Ist das ein gutes Zeichen oder nicht? Hey, aber... Hier ist überall Fels, ne? So. Wollte ich nur mal sagen. Oder man muss irgendwie so hier rum. Hier ist, hier ist ja nichts. Nee, nee. Ich glaube nicht, dass man da hochkommt. Boah, ich, ich habe keine Ahnung. Macht mal Piep, falls ich irgendwie gerade Blödsinn mache. Aber sehe ich auch was. Hätten wir doch mal den Heli mitgenommen. Ach nee, wir sind ja nicht mehr in GTA 5. Ah, schade. Hätten wir nicht schnell auf Trevor schalten? Kann er ja einmal vorbeikommen? Dem Heli. Und jetzt ein bisschen unter die Arme greifen. Oder kann man hier hoch? Kannst du mal versuchen. Hm, ne, hier hört schon wieder auf. Nee, 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 nee. Gegebenenfalls mal die Waffe weglegen und probieren zu klettern oder so. Aber doch nicht bis da oben hin. Das glaube ich nicht. Hm? Bis hierhin hat bestimmt noch nie jemand gespielt. Das hat einfach noch nie jemand getestet. Es ist noch nie aufgefallen, dass das überhaupt nicht funktioniert, da hochzukommen. Ah, hier vielleicht? Nein, 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 das ist zu steil. Das ist doch wesentlich zu steil. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Probieren es mal so. Das sind auch so einige Höhenmeter, ne? Ich will es nur gesagt haben. Hm. Naja, zumindest von einem von den, äh, von den Dingern hier wissen wir, wie wir da hinkommen. Da waren wir ja schon. Das war, glaube ich, in der Nähe von dem Bunker, wo wir waren. Ähm, bei dem zweiten Turm bin ich mir allerdings nicht so sicher. War das nicht der eine, wo wir uns schon mal fragten, Alter, wie soll man denn da oben hinkommen? Das kann sein. Da liegt auch wieder so ein, so ein Baum auffällig auf der Seite. Vielleicht kann man da irgendwie hochkraxeln. Ist auch ganz gerne mal ein Zugang. Ja, und das Eis, ne? Bei dem Eis hier bin ich mir auch nicht so sicher, dass es nicht gleich hart zusammenbrechen wird. Aber gut, wir haben uns hier auf den Schnee gerettet. Das ist ganz gut. Niii, ja. Ja, na gut. Vielleicht ist es nicht jetzt konkret dieser Baum. Aber eventuell ist die Idee nicht so schlecht, da hinten rum zu gehen irgendwie. Oh Mann. Das wird eine schwierige Sucherei. Ne, nach da oben auf den Baum zu gehen, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Wo sind wir jetzt? Ja, wir sind hier schon ziemlich weit. So eine Höhenkarte wäre halt nicht schlecht, ne? Eine topologische Karte irgendwie. Ey, sag mal. Hier sind aber überall Berge. Hier sind nur Berge. Hier geht so ein kleines bisschen nicht ganz so steil hoch. Hier geht es nicht ganz so geil hoch. Unser Held hält aber ganz gut durch. Hm. Was Hunger und Durst angeht. Und die Temperatur ist okay. Unsere Klamotten werden wahrscheinlich komplett abgenutzt sein, wenn wir hier fertig sind. Ja, guck mal hier. Hier geht es ein bisschen nach oben. Das ist nicht so schlecht. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist soweit gut. Gut. Ja, die Richtung stimmt auch prinzipiell. Hm. Hm. Ich würde halt gerne direkt noch weiter nach oben. Geht es da irgendwie noch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, vielleicht muss man ja so ein bisschen in die Richtung. Hätte er uns nicht mal genauer aufmalen können, wo es entlang geht? Hm. Hallöchen Leana. WB. WB, WB, WB. Hier, du kennst dich doch mit diesem Spiel aus, oder? Du kannst mir bestimmt sagen, ob ich gerade Blödsinn mache. Nein, da ist der, da ist der Dings. Da ist der Dings. Ja, geil. Es hat funktioniert. Es hat sich erledigt. Sehr schön. Ich war mir sehr, sehr unsicher, ob ich hier gerade auf den richtigen Weg bin. Dann haben wir die Höhenmeter aber ziemlich schnell hinter uns gebracht. Respekt. Nicht so schlecht. Ja, cool. Gut. Man muss nur ein bisschen Geduld haben hier. Gut. Gut. Jo. Speicher mal. Das ist eine gute Idee. Nur das Ruckeln sollten die in den Griff kriegen. So langsam mit dem... Beim Speichern. Was? Marschland. Ausblick. Ja, Ausblick. Ausblick ist schön. Nur bei dem Wetter. Alter, hier sind ja voll viele. Hier sind ja überall. Wir müssen da auch nochmal entlang, ne? Ich wollte es nur sagen. Oh Mann, shit. Ja, hier vor allem die Knarre. Die macht mir halt echt Sorgen. Die wird nicht mehr so lange halten. Das ist echt, echt, echt eine Katastrophe. Ach, ähm. Müssen wir das jetzt hier abpopeln, oder was? Kurzwellenkurm. Ah, man kann es öffnen. Und Spawn-Dateile. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Wie schwer sind die? Weiß man das? Oder wiegen die nichts? Weil die einfach Missionsgegenstand sind. Von dem her aber auch noch ein bisschen was, ne? Können wir meisten... Hm, ein bisschen fishy. Fishy, fishy. So ein Energy-Drink könnte man sich fast auch mal reindrücken. Naja, egal. Nehmen wir uns das hier noch. Genau. Und dann würde ich sagen, es geht weiter. Gar keine Zeit verlieren, weil... Es wird auch bald dunkel. Das ist richtig schlimm. Ja, der Ausblick wäre schön. Wäre Ausblick vorhanden, wäre er schön. Oh, was ist das denn für ein kaputter Baum? Wow. Wow. Voll geil. Voll cool. Der gefällt mir ja gut. Sedernholz. Ist sogar ein Handy. Ich nehme mal eins mit. Vielleicht brauchen wir gleich ein Feuer. Wir haben nicht mehr viel Patronen und die Knarre geht bald kaputt. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Wir gehen gegen die Wuffs. Vielleicht wenigstens mit der Knarre dann vor der Schnauze rumwedeln. Und hoffen, dass die so eine schon mal gesehen haben und Angst haben. Oh, die haben was gerissen. Nochmal. Sie haben zweimal was gerissen. Solange die damit beschäftigt sind, ist alles okay. Soll mir recht sein. Wir haben noch das Gewehr, ja. Das, ähm, naja, das ist dann die Alternative. Da hast du recht. Das ist eine Alternative, die ich nicht gerne benutze. Wir haben halt auch noch mehrere Magnesiumfackeln rumliegen. Nur ich hab die jetzt nicht so akut dabei. Das ist das Blöde. Geh weg. Geh weg. Das stimmt allerdings. Das Gewehr, das haben wir. Da muss man ja auch noch treffen. Das ist ja Katastrophe. Ob das funktioniert, das wird sich zeigen. Da ist noch einer. Ja, willst du mich denn verarschen? Ist das dein Ernst? Mann. Die sind hier ja aber nervig gerade. Mit Stein, ja. Ja, könnte man machen. Ich weiß aber nicht, ob das gegen... Ich weiß nicht, ob das gegen die Wölfe wirklich gut hilft. Wir haben es schon einmal probiert. Gut, zugegebenermaßen habe ich auch nicht getroffen. Wahrscheinlich macht man sie damit nur erst richtig, ähm, wild. Richtig wütend auf jeden Fall. Andere Waffe, ne? Wir haben halt den hier. Spitze. Ja, ja. Stück Kohle. Boah, das müssen wir halt probieren, ne? Oh, Mann. Naja, drei Schuss haben wir noch. Gut. Ja, die greifen uns jetzt auch noch gleich an. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es doch schon kommen. Jetzt müssen wir... Boah. Alter, wir haben noch so Wege vor uns. Jetzt müssen wir hier irgendwie entlang. Äh... Das wird eine lange Folge. Ich glaube, das wird eine lange Folge. Sogenannte Felsen. Ja, hier ist so ein Berg am besten. Einfach so mal spawnen und droppen lassen. Was? War da wieder was? Ich glaube nicht. Ja, spitze Felsen an einem Stock dran. Man könnte es auch Speer nennen. Das könnte vielleicht auch helfen. Wir haben ja eigentlich auch den Bären-Töter-Sperr. Aber ob wir den für irgendwas anderes benutzen können, als für den einen Wurf wahrscheinlich, für den Bären, das weiß ich nicht. So ein Speer hat ja auch an sich, dass er nicht... Also, man wirft ihn halt weg. Dann kann man hoffen, dass er nochmal zu verwenden ist. Das Heulen höre ich. Ähm... Moin, moin, Kabifu. Na, hat's gemundet? Was gab's eigentlich? Hast du das schon erwähnt? Oder hab ich's nur verklatscht? Auf dem richtigen Weg? Ja, an sich... Ungefähr. Ungefähr. Hm, da ist auch wieder ein Vieh gerissen worden. Ist eigentlich ganz nett. Ist eigentlich voll das Buffet hier, aber... Was wir jetzt so akut brauchen? Könnten uns halt dann unterwegs ein Feuer machen? Hm, vielleicht hätte ich das einsammeln sollen. Unterwegs bei diesem Haus der Spencers da mal ein Feuer machen und uns was essen und so? Wobei, essen geht eigentlich grad. Und über das Wetter kann man sich auch nicht beschweren. Ach, Chicken Wings, richtig. Die, die wegflogen. Ja, ja, ja. Hast du recht. Hast du recht? Gut, du wirst es schon wissen. Das klang jetzt komisch. Hm. Wir wickeln den Wolf einfach in unsere Klamotten ein. Vielleicht sind die auch so stinkig. Wir können die einfach... Also die Klamotten... Können wir den einfach verscheuchen damit. Vielleicht. Mit Ananas. Hm. Okay. Ich bin ja nicht so der... Also... Ich muss sagen, so... Pikante, herzhafte Speisen mit Ananas. Ich mach hier mal eben eine Speicherung. Ich hab hier ein schlechtes Gefühl. Überschreiben. Ja, mach mal. Ich hab hier ein schlechtes Gefühl. So herzhafte Speisen mit Ananas. Da konnte ich mich irgendwie noch nie so richtig zu durchringen. Oh Gott. Geh hier sofort hoch, Mann. Das war mehr Glück als Verstand. Hm. 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 Ist es Lantu oder I? Iantu? Ich weiß nicht, ob es ein kleines L ist oder ein großes I. Aber herzlich willkommen im Stream auf jeden Fall. Woher komme ich aus dem Internet? Oh. Ich höre was. Ja. Hallöchen. Was machst du denn? Ich dachte, er wollte vorbeilaufen. Ich hab noch ein bisschen abgewartet, aber... Er hat nur Haken geschlagen. Jetzt macht ihr mir Hunger. Hm. 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 Ich hab ein bisschen Kohldampf. Ja, ja. Nicht allwissend und so. Ich weiß. Ich weiß. Was? Arbeiterbarken. Ah, ja. Ah, ja. Ach, guck mal hier. Hm. Ich dachte, das ist eine Kiste zum Aufmachen. Da ist eine Kiste zum Aufmachen. Ich hoffe, ich kann das immer noch essen. Ja, die Leuchtedinger werden knapp. Da hast du völlig recht. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Und überhaupt hält die Waffe halt nicht mehr lang. Haben wir uns auch eben schon drüber unterhalten? Haben wir uns auch schon drüber unterhalten, was wir dann machen? Dann müssen wir halt das Gewehr irgendwie zur Hand nehmen oder so. Deutsch lernen mit Ochie. Ja, kein Problem. Herzlich willkommen im Stream. A warm welcome to the stream. Hm. Oder so. Können wir da rüber? Können wir da rüber? Ist das denn so die richtige? Das ist eigentlich genau die richtige Richtung. Das ist ganz gut. Deutsch lernen mit Ochie. Learning German with Ochie. Was heißt denn eigentlich Ochie auf Englisch? Ich weiß es nicht. Ochie wahrscheinlich. Ochie ist Ochie. Ochie ist einfach Eigenname, oder? Dankeschön für den Follow. Thank you very much for following. Dankeschön, dass du mir folgst. Die, 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 die. Mikro heißt es. Genau, genau, genau. Das kann man generell mit jedem Wort machen. Einfach umdrehen, dann hat man halt die englische Entsprechung. Das wissen die wenigsten. Aber so ist das. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Demnächst in einem englischsprachigen Chat. Dann werdet ihr bestimmt begeistert sein, wie gut ihr Englisch sprecht. Ding, ding, ding. So. Ach ja. Was ist denn deine Muttersprache, wenn ich fragen darf? Wenn das denn den Tatsachen entspricht, dass du hier Deutsch übst. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich das von jedem Mann höre, dass er irgendwie mehrsprachige Streams besucht oder so. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir generell auch vorstellen, wenn man eine Sprache übt oder gerade lernt. Dass man sich dann im Internet ein bisschen umgucken kann. Warum eigentlich nicht? Okay, nicht. Okay. Das kann ich allerdings nicht. Das kann ich allerdings nicht. Ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch. Oh, da hört es auch schon auf. Ich hatte ja mal Französisch in der Schule. Und ich habe hier wieder ein echt schlechtes Gefühl. Bei diesem See. Ein ganz, ganz übles Gefühl. Ich hatte mal ein bisschen Französisch in der Schule, aber viel hängen geblieben davon ist nicht. Ich weiß nicht, ob es an der Lehrerin lag. Oder einfach daran, dass es nicht meine Sprache ist. Vielleicht auch beides. Keine Ahnung. Ich will es eigentlich nicht wirklich... Das ist eine schlechte Idee hier. Ich will es eigentlich nicht wirklich der Lehrerin in die Schuhe schieben. Hier so rum. Ich glaube eher da so rum. Probieren wir es mal. Warst du nur ein von drei Jahren da überhaupt beim Unterricht? Ja, das mit dem ganzen Satz. Gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe das bisher immer nur bei einzelnen Worten probiert. Reicht ja meist, um sich zu verständigen. Es wird ja noch komplexer, noch komplizierter einfach, wenn man es für ganze Sätze anwenden muss. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen werden. Hoffen wir es. Ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall zu spät für mich, noch eine neue Sprache zu lernen. Das muss man echt früh machen. Vielleicht muss man es auch einfach noch früher machen, als wo wir das halt versucht haben zu lernen. Manche Leute haben da natürlich ein Talent für, keine Frage. Denen fällt das einfacher, neue Sprachen zu lernen. Aber ich glaube, für die meisten Leute ist es wesentlich einfacher. Das ist ein umgekippter Turm, oder? Es ist wesentlich einfacher, wenn die das einfach früh lernen. Und nicht erst irgendwann in der Oberstufe oder sogar in der Berufsschule. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen spät. Naja. Aber in der Berufsschule ist das ja interessant. Warum eigentlich? Einfach auch ein bisschen international zu sein, oder? Das ist sogar der Turm, wo wir hin müssen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. LMB. LMB. Wirklich? Okay. Und jetzt? Nein, nein, nein. Mach mal so. Verteidigen, 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 verteidigen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich klicke immer noch weiter. Wie ruhig er das auch sagt. Ist das dein Ernst? Ja und jetzt? Ja und jetzt? Ich kann keine zweihändige Waffe tragen. Ja, ach. 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 Oh Gott. Oh Scheiße. Alter, was? Da war auf einmal da. Und von wegen, das hat ja auch, äh, 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 es hat nicht ausgereicht, den Eimer anzugreifen. Nein. Was zum Teufel? Okay, wir laden noch mal den letzten Spielstand. Wir gucken mal, was passiert. Äh. Wie krass. Okay, ist er jetzt wieder da? Oder ist das random? Äh. Nochmal, nochmal. Ja, hahaha. Ich glaub, er ist aber nicht da, oder? Doch, er ist da. Verhalte deine Ausdauer im Blick. Oh, ich verstehe. Oh, ich verstehe. Aus irgendeinem Grund verliert er voll die Ausdauer, wenn er sich bereit macht. Das war, glaub ich, zu spät. Es war zu spät. Aha. Das müssen wir noch lernen. Hm. Wahrscheinlich, du bist erschöpft, oder? Kann das sein? Wenn er echt schnell Ausdauer verliert, wenn wir uns bereit machen mit dem Sperr. Aber wie gemein ist das denn, dass wir ein verstauchtes Handgelenk kriegen? Der Bär ist immer noch da. Und wir können keine zweihändige Waffe mehr halten. Was ist das denn? Was zum Teufel? Ja, Tom. Ich bin tot. Das ist richtig. Hallöchen, Tom. Na? Was machst du denn hier? Ich dachte, du hast keine Zeit. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, dass du da bist. Hallöchen. Hallöchen. Ich freue mich sowieso über alle, die da sind, natürlich. Keine Frage. Aber ich dachte, Herr Tom, der würde heute gar nicht dabei sein. Da stand mir... Ähm, ja. Wir werden sehen. Wir werden es einfach nochmal probieren, oder? Hier, wir nehmen den zur Hand. So, und dann müssen wir es richtig timen. Dann müssen wir es richtig timen. Tja, wo ist er denn? Ah, umgucken, umgucken. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Okay. Ja, komm halt ran. Komm halt ran. Bereit machen. Komm schon. Und verteidigen. Platzwunde. Okay. Zumindest kein verstauchtes Handgelenk. Hey. Ja, ja, ja. Dass der Abend kommt. Ähm. Kann ich mal schnell? Dammit. Fuck. Das war nicht das Richtige. Was müssen wir denn machen dagegen? Ach so, wir haben gar keine Wunde mehr. Okay. Dann war das Verschwendung. Ist er denn jetzt weg? Nee, ist er nicht. Ja, shit. Ich glaube, wir müssen ihn jetzt erst mal erledigen, oder? Ich weiß nicht. Ja, er ist groß. Er ist verdammt groß. Verdammt beängstigend. Den ersten Kampf haben wir gewonnen, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Das glaube ich nicht. Na dann, komm ran. Bestimmt dreimal, oder? Schneller, 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 schneller. Risskleidung. Egal. Könnte schlimmer sein. Kommst du aber gerade im richtigen Momentum. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Kann ich speichern? Ich mach mal ne Speicherung. Das sieht gerade nicht so schlecht aus. Schreiben. Bären. Bärenstarker Fight. So. Okay. Bärenkräfte werden hier freigelassen. Von unserer Seite aus natürlich. Hauptsächlich. Ja, in Spielen ist das doch oft, oder? Sind's oft dreimal, die man braucht. Na dann. Oh Mann, er hat die bessere Position. Ah, komm ran, Junge. Er hat schon keinen Bock mehr. Merkt ihr das? Er wird schwächer. Bestimmt. Ich bilde es mir ein. Und gib ihm. Schneller, 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 schneller. Nochmal ein Riss. Okay. Damit kann ich leben. Meine Fresse. Kaputt, Wollmütze. Ich kann immer mein Gesicht fühlen. Hä, ist doch schön. Was bedeutet, ich bin nicht tot. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Meint er damit weiter voranstiefeln? Oder weiter kämpfen? Puh. Oh, der John ist auch da. Hallöchen. Hallo, hallo. Die Frisur hält. Ah, schön. Handgelenk verstaucht. Kopf abgerissen. Die Frisur hält. Oh Mann. Ja, ich glaub aber. Ich glaube aber. Ich glaube, wir haben's geschafft, oder? Erst mal. Der ist aber noch abgehauen. Ich wollte's nur mal, also, ja. Ich muss schon mal ganz deutlich sagen. Wir haben Transponder-Teile. Boah, wir müssen uns irgendwo hinlegen. Wir müssen uns irgendwo hinlegen. Wie kommen wir denn hier runter? Wahrscheinlich irgendwie so und dann, ja. Wir werden sehen. Das Wetter ist nicht so schön. Yeah. Gut, gut, gut. Ein Clip, den muss ich mir nachher mal angucken. Wie blöd der Ochi guckt, dass auf einmal der Bär da ist. Äh, hier geht's nicht so schön runter. Hier geht's nicht so schön runter. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurück, oder was? Ich mein, das wäre eine Möglichkeit. Puh, das wäre eine Möglichkeit. Wenn wir jetzt aber schon mal hier sind, guck ich mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Das mit dem Drei-Wetter-Tuff, das bringt mich darauf, dass ich mir mal wieder alte Werbung angucken muss. Auf YouTube. Das ist manchmal lustig, hab ich auch irgendwann schon mal gesagt, ne? Gut. Weißt du was? Ich mach hier noch eine Speicherung. Weil wir es so schön geschafft haben. Hier überschreiben. Bam. Bam. Gut. Und John? Heute nicht am Stream, oder hast du schon? Oder hast du schon? Kann natürlich auch sein. Wobei, ich war ja heute eigentlich relativ früh dran mit dem Stream. Hast du wahrscheinlich noch gar nicht angefangen, oder? Ist ja noch gar nicht so spät. Wir sind schon fast drei Stunden am Stream. Okay. Für diese Uhrzeit ist das ungewöhnlich für mich. Ah, hier geht's doch runter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das sieht nicht so schlecht aus. Ausgezeichnet. Hab ich noch Kaffee? Oh, ich hab noch Kaffee. Hm. Hm. Kalt. Eiskaffee. Ah. Ein. Ein Baumstamm. Das sind mir die liebsten. Die nützlichen. Super. Ah. Vorsicht, Junge. Vorsicht. Puh. Hahaha. Was gab's denn bei dir so Leckeres? Im Kabifu gab's Chicken Wings. Die fast von alleine weggeflogen sind. Hm. Hm. Müssen wir uns immer noch irgendwo hinlegen, ne? Vielleicht bei den Gleisen? Da gibt's doch so viele Waggons. Können wir uns bestimmt irgendwo verstecken. Schauen wir mal. Puh. Reh. Okay. Wild ist ja, glaube ich, nicht so meins, ne? Aber andererseits, hier in der Situation, in der wir uns befinden, da würde ich wahrscheinlich auch nicht nein sagen. Ähm. Ist das hier richtig, weiter nach links zu gehen? Weil hier ist ziemlich, hier ist ziemlich steil, ne? Ist jetzt nicht so geil, da direkt runter zu hüpfen. Das glaube ich nicht. Hm. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass ich jetzt immer nach unten gucke zum Chat? Ich bin mir unsicher, ob das nicht irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, unhöflich wirkt, immer nach unten zu gucken. Im Gegensatz zur Seite zu gucken, um in den Chat zu schauen. Da bin ich mir noch unsicher. Hier geht's aber nicht wirklich, hier geht's nicht weiter, ne? Wir müssen da irgendwie lange, glaube ich. Hm. Ja, ja, man kann da runter, aber nur einmal. Ich glaube, ich muss mir gleich wieder ein Stück Kuchen nehmen oder so. Oder ein Bonbon wenigstens. Was? Hat da was ge... Hat da was geblinkt? Irgendwas geflackert? Bestimmt nur ein Grafikfehler. Hm. Achso, achso. Ja, ja, nun, ne? Ja, nun. Also, ich persönlich, ich bin nicht so der große Veganer, von daher, naja, kann man auch anders sehen. Ich persönlich, ich mag ja ab und zu ein Stückchen Fleisch. Man sollte vielleicht ein bisschen weniger davon essen, zugegebenermaßen. Und ich glaube, ich mache hier gerade großen Blödsinn, oder? Vielleicht kann man ja ein bisschen weniger davon essen, aber so ganz drauf verzichten würde ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist, hier lang zu gehen. Äh, ich probiere es mal. Ja, so weit, so gut. So weit, so gut. Au, 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 au. Vorsicht, Junge. Apropos, haben wir irgendwelche Leiden? Nee, ne? Okay. Boah, wir haben es aber runter geschafft. Das ist gut. Das war recht effizient jetzt doch. Moment, Vorsicht, bevor wir einbrechen. Und ja, ich sehe auch nicht mehr viel. Da müssen wir gleich was gegen tun. Das ist hier Richtung Schienen, ne? Das ist gut. Das ist soweit ganz gut. Man sieht halt auch bald nicht mehr, wo man so hintritt, ne? Wenn es ganz dunkel ist, das hatten wir ja schon. Das ist dann auch blöd. Ist das eigentlich noch so ein Mega-Hype? Also, keine Ahnung. Kann ich nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Ist es jetzt nicht so, dass ich mir ständig denke, alter, behalte es für dich oder so? Wenn da wieder irgendjemand von erzählt, das Gefühl habe ich jetzt nicht unbedingt. Das weiß ich nicht. Na ja, klar, auf Arbeit gibt es halt den einen oder anderen Vegetarier oder Veganer oder so. Oh, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie genervt davon oder sowas. Ich mache mir hier irgendwo ein Lager, ne? Ich glaube, ich mache mir hier irgendwo ein Lager. Hier muss auch irgendwo der Bunker sein. Das wäre auch schön, den wiederzufinden. Ich habe nur keine Ahnung, wo er ist. Warum ist er eigentlich nicht eingezeichnet? Der ist einfach wieder verschwunden, ne? Krass. Hm. Verstehe, verstehe. Hallöchen, Judoka. Willkommen zurück. Ich mache mir jetzt einfach ein Lager hier. Das habt ihr jetzt davon. Ist denn hier einigermaßen Wind geschützt, wobei es geht im Moment, ne? Ich glaube, es geht im Moment. Äh, Buch ist okay. Rohrkolben. Ja, kann man machen. Ich habe nur einen Zunder, echt. Shit. Dann hätte ich vielleicht einen Brandbeschleuniger benutzen sollen. Damit es auch sicher klappt. Hm. The most beautiful German word. Tja. Das überlasse ich einmal dem Chat. Was ist denn euer lieblings deutsches Wort? Erzählt doch mal. Das interessiert mich jetzt. Ich nehme erstmal... Nein, nicht Fakten nehmen. Nicht Fakten nehmen. Brennstoff hinzufügen wollte ich. Just ask the chat for the most beautiful German word. Arbeitsamt. Ah ja, sehr schön. Irgendwas besonders langes. Am besten so ein mega kompliziert zusammengesetztes Wort oder sowas. Hui. So. Aha. Da wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt hier, ihr Wölfe. Wenn denn hier welche sind. Ähm, wobei wir haben ja hier auch in dem Gebiet schon welche gefunden. Und zwar nicht zu knapp. Und weiterhin möchte ich... Ne, warte mal, warte mal, warte mal. Hier einmal den machen. Dann machen wir einfach mal einen Schlafi. Gucken mal, was passiert. Und hoffen, dass wir nicht erfrieren. So. Und dann würde ich mir vielleicht noch irgendwas warmes zu trinken machen oder so. Wenn das denn geht. Wenn wir irgendwas haben. Oder so eine Suppe. Das geht auch. Das geht gut. Das machen wir. Ja. Hier so eine abgestandene Garen. Gut. Ah. Atomangriff. Milch ist alle. Einfach so als ein Wort. Als ein Begriff. Sehr schön. Willkommen zurück, lieber John. Was ist denn dein Lieblingswort? Ein lieblingsdeutsches Wort. Atomfusionsreaktor. Mhm. Das ist gar nicht wie man es übersetzt, ehrlich gesagt. Das muss man dann im Wörterbuch nachgucken. Ach ja. Äh, ich höre euch. Ich höre euch doch deutlich. Gut. Heben wir einmal auf und probieren mal zu pennen. Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Erst mal hier. Erst mal den hier. Jetzt mal mit kaltem Wasser ein bisschen ablöschen. Das schöne Warme, was wir gerade gegessen haben. Wir können aber noch was essen, ne? Wir haben uns auch nicht mehr ganz, ganz voll. Ja. Ja. Wir haben sogar noch was übrig. Okay, okay. Cool. Machen wir mal. Na, ich hoffe, wir überleben das. Machen wir mal einen Schlafi. Wir sind hier ja draußen. Wahrscheinlich hilft es, wenn auch schon wieder so ein bisschen die Sonne aufgeht, um wieder was zu sehen. Und der Kühlungsrisiko. Oh, sehr saukalt. Oh, das ist ja krasser als ich dachte. Scheiße. Scheiße. Oh, kacke. Oh, verdammt. Zunder können wir uns nicht machen, ne? Ich brauche ein bisschen Holz. Ich brauche ein bisschen Holz. Hier, die Fackel. Und die auseinandernehmen. Moment, ich brauche hier mal ein bisschen Zeug. Gibt es denn hier... Gibt es keine von denen... Oh, ist auch wieder am Leuchten, ne? Das ist eigentlich ganz schön. Ich habe aber gerade ein bisschen andere Probleme. Oh. Oh, hier ist dein Lieblingswort. Dankeschön. Das ist ja nett. Das ist ja lieb. Ist ein bisschen sehr geschleimt, aber ist sehr lieb. Schwarzwälder Kirschtorte. Hm. Egal. Das ist ein Begriff. Das ist für mich ein Begriff. Ist schön, ja. Fällt mir gut. Und hier leuchten Sachen. Tatsächlich. Das sind die... Die Züge, ne? Sehr cool. Hm. Boah. Aber jetzt so eine Torte. Das wäre schon geil. Wo ist denn unser Lager? Wo ist unser Lager hin? Ähm. Wo ist unser Lager? Ich glaube, Schwarzwälder Kirschtorte ist auch so ein Wort, mit dem englischsprachige Leute Probleme haben könnten. Wo habe ich unser Lager gelassen? Wo ist unser Lager? Nein. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich glaube, der hat irgendwas anderes zu tun. Shit. Das muss doch irgendwo hier sein. Das muss doch irgendwo hier sein. Bleib weg. Oder ich mache mir ein neues Feuer. Da ist doch irgendwas, oder? Nein. Das sind auch noch die Leuchtenden. Nein. Scheiße. Das sind die Leuchtenden. Ich muss... Ich brauche was Leuchtendes. Ich brauche was Leuchtendes. Ich brauche was Leuchtendes. Zünde an, Mann. Nein. Oh, Mann. Wie es auf einmal einfach down, down, down geht. Oh, shit. Okay. Eins nach dem anderen. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also. Wir brauchen Zeug. Für was war das? Für was war das? Für was war das? Für was war das? Moment, Moment, Moment. Infektionsrisiko. Ach so. Das ist das Symbol hier. Okay. Verwenden. Dafür. Mach mal. Naja. Es musste ja irgendwann mal passieren. So. Was als nächstes? Blutverlust. Genau. Das klingt nicht gut. Verwenden. Ja. Mach mal. Dann noch. Verstaucht und Schmerzen. Schmerzen haben wir doch auch was. Hier. Schmerzen. Brauchen wir, glaube ich, sogar für beides. Verstaucht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Mal gucken. Nee, nur Dings. Nur das da. Kacke, kacke, kacke. So. Ist wieder alles unter Kühlung. Ja, genau. Unter Kühlung ist natürlich noch ein Problem. Aber. Wollte ich ja eigentlich das Feuer für wiederfinden. Wo ist es denn hin, Mann? Ich glaube, wir müssen ein neues machen. Aber mein Schlafsack ist auch noch da. Es muss doch möglich sein, das wiederzufinden. Ich sehe nichts Zeternholz. Würde ich auch gerne mal mitnehmen für Feuer. Wir müssen das tagsüber wieder suchen. Wo ist denn eigentlich die Lampe hin? Wo ist meine Lampe? Hä, wo ist meine Lampe? Hat er die weggeschmissen? Da ist die Lampe. Nimm die sofort mit. Ist denn jeck? Gut, dass mir das aufgefallen ist. Das war irgendwo hier, oder? Achso, nicht direkt. Kann sein. Es war halt so duster. Hier. Ja, aber das ist echt gut versteckt. Guck mal hier. So hinter dem Hügelchen. Das sieht man nicht gut. So schön habe ich mich da versteckt. Und dann hast du. Oh Mann. So, wir probieren mal, das Feuer wieder anzukriegen. Achso, ich muss erst mal was machen. Und zwar Zunder. In der Zwischenzeit sterben wir ein bisschen. Ein kleines bisschen. Jo, und was brauchen wir noch? Ach, Zün? Wir haben keine Streichhölzer mehr? Was? Was? Ich habe so viele liegen gelassen überall. Oh, das darf doch alles nicht wahr sein, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Magnesiumfackel, ja. Meinst du, das hilft? Meinst du, das hilft? Ich weiß ja nicht. Ja, wo habe ich die alle gelassen? In jedem Haus haben wir haufenweise. Wahrscheinlich. Kacke, 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 kacke. Na dann. Ah, damit kann man Feuer anmachen. Aber wie? Wenn ich die in die Hand nehme, oder was? Ich meine, hier geht ja nix. Feuer, Magnesiumfackel. Was soll man denn in dem Feuer machen? Soll ich die anmachen? Kann man das machen? Ich meine, das klingt irgendwie sinnvoll. Habe ich aber noch nie gemacht. Okay, dann machen wir sie an. Feuer machen. Boah, da muss man drauf kommen. Vielen Dank für den Tipp. Das ist ja krass. Erfolgschancen, ja. Dann nehmen wir aber mal den hier. Das kannst du mir aber glauben. Vielen Dank für den Tipp. Das muss man wissen. Wir haben halt nicht viel Brennstoff. Na ja, wobei in der Summe. Oh Mann, 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 Mann. Kannst du irgendwas Warmes machen? Bei der Gelegenheit. Tja, krass. Dass er einem das so nicht anbietet, bevor man es anzündet. Das ist ja nicht ganz so intuitiv. Boah, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Haben wir vielleicht noch eine Chance. Ich wärme mich hier erstmal. Das sieht schon nicht so schlecht aus. Jetzt ist es schade um die Fackel jetzt. Aber ja, besser als nix. Besser als nix zu haben. Wow. Na ja, und dann müssen wir trotzdem hier irgendwie hochkraxeln. Dahin und dann schnell zurück, wenn es irgendwie geht. Hm. So schnell kann es gehen. Und alles fing damit an, dass ich mich hier so blöd hingelegt habe einfach, ne? Ich dachte, der Schlafsack würde uns schon genug helfen, aber... Äh, äh, genug wärmen. Aber, mhm, mhm. Von wegen. Wie sieht's durstmäßig aus? Könnten wir auch noch was machen. Ich schmelze noch ein bisschen Schnee, oder? Bei der Gelegenheit. Geht das vielleicht mit dem Topf schneller? 15 Minuten. Das, ja, das... Sollte reichen. Wir sind jetzt so rot. Tja, katastrophal aus. Ich glaub, das ist nur die Fackel. Hoff ich jedenfalls. Wasserunsicher? Genau. Dann warten wir noch ab. Wie lange dauert das? 13 Minuten. Und das Lagerfeuer brennt noch 16. Das ist sehr gut. Dann passt es. Gut. Nimm das. Nimm das. Boah. Und wir haben die Nacht überlebt. Äh, gerade eben so. Meine Fresse, ey. Wenn ich aber so auf die Uhr gucke, machen wir an dieser Stelle eine kleine Folgenpause. Und im Stream machen wir dann gleich weiter mit unserer Reise. Das will ich auf jeden Fall noch schaffen. Idealerweise. Wenn wir es irgendwie schaffen. Und dann sehen wir weiter. Mal gucken. Aber für die Aufnahme erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und fürs Mitfiebern. Und bis zur nächsten Folge dann. Macht es gut. Und tschüss. Da geht's. Lo